Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 8000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, ISOFIX, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 95 PS. Der Wagen ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,0 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.